Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 10.069 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bibliotheken sind Orte, an denen Menschen Bücher ausleihen und sich über verschiedene Themen informieren können. Ich bin es gewohnt, schnell zu arbeiten. Ich schreibe mit der rechten Hand und tippe gleichzeitig mit der linken Hand. Ich bin es gewohnt, schnell zu arbeiten. Ich schreibe mit der rechten Hand und tippe gleichzeitig mit der linken Hand. Ich bin es gewohnt, schnell zu arbeiten. Ich schreibe mit der rechten Hand und tippe gleichzeitig mit der linken Hand. Was macht ihr denn hier? Warum tragt ihr beim Staubsaugen rote Umhänge? Danke für die Einladung zu diesem Podcast. Es ist das erste Interview in diesem Jahr. Deine Ausdauer wird sicherlich zu einem positiven Ergebnis führen. Sei nicht albern. So schaffst du es nie. Deine Arbeit wird nie fertig. Sei nicht albern. So schaffst du es nie. Deine Arbeit wird nie fertig. Sei nicht albern. So schaffst du es nie. Deine Arbeit wird nie fertig. Hier ist die Firma Wolf in München. Mein Name ist Franz Müller. Was kann ich für Sie tun? Hier ist die Firma Wolf in München. Mein Name ist Franz Müller. Was kann ich für Sie tun? Hier ist die Firma Wolf in München. Mein Name ist Franz Müller. Was kann ich für Sie tun? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.